Hallo, heute zeige ich Ihnen, wie man einen pfiffigen Kräutergewürzsmann macht. Dazu benötigen wir Sauerrahm, etwas Tandoori-Pulver, Honig, Salz, Zitrone und frische Kräuter. Den Schmand zu machen ist eigentlich nichts anderes, wie die Zutaten zu vermischen. Dazu benötigen wir halt den Schmand, etwas Tandori-Masala-Pulver, gibt es in jedem guten Asialaden. So, die Teelöffel gehen dazu, etwas Honig, etwas Salz, frische Zitrone und gejagte Kräuter. Und werden die Zutaten einfach nur noch verrührt. Bei den Kräutern sind sie überhaupt nicht eingeschränkt, da passt so gut wie alles. Frische Minze, Thymian, Rosmarin, etwas Estragon, je nach Geschmack. So, dann probieren wir unseren Schmand mal auf Köcherart. Mh, hervorragend. Dann wünsche ich viel Spaß beim Nachkochen. Dann wünsche ich viel Spaß beim Nachkochen. Untertitelung des ZDF, 2020